Hallöchen Leute, ich heiße euch Willkommen zu einer wundervollen speziellen Ausgabe von den SuperMegarende FlashGames. Heute und nur heute, vielleicht auch ein anderes Mal, keine Ahnung, je nachdem wie es so laufen wird, spielen wir ein paar FlashGames, die so fantastisch großartig sind, dass es leider nicht für ein volles Video reicht. Das wird bezaubert. Okay, der Pencil Sharpening Simulator, oh Junge, ein Simulator, das wird lustig. Das ist ein Spiel, in dem man einen Bleistift anspitzt. Ich bin begeistert, es ist bisher kein FlashGames, sondern ein Unity-Spiel, es geht sogar in zwei Richtungen. Das ist einer von diesen Zauberbleistiftanspitzern. Bleistiftspitzen. www.playforfree.wtf www.playforfree.wtf Yeah, es wird Hardcore. Ich habe irgendwas angeklickt, das wollte ich nicht. Nein, shit. Oh Junge, Cat Mario, da wird ein Brüller. Welt 1.1. Kennt ihr Cat Mario? Das ist wie Mario Bros, nur voll schwer. Den Gegner, den hätte ich eigentlich kennen sollen. Das war mein Fehler. Habt ihr den Block gesehen? Eiskalt ausgewichen. Da kommt ein Gegner aus dem Fragezeichen-Block. Grausame, grausame Welt. Oh nein, ein Hidden Block. Jetzt bin ich aber wütend. Arr. Können wir mal über den Daumennagel von dem Typen da reden? Können wir da mal drüber reden? Ich meine, ich bin kein Arzt. Das sollten wir alle wissen, aber das sieht mir nicht gesund aus. Aber wisst ihr was, Leute? Wir haben genug Zeit verschwendet. Es ist Zeit für den Drill Charge. Wir spielen Pexel Warfare in der Version 2. Das Spiel wurde mir tatsächlich oft vorgeschlagen und ich muss sagen, ich verstehe warum. Es ist fantastisch. Ich brauche erstmal einen guten Namen. Moment. Mythos of Crafting. Bullshit. Okay. Ähm. Ist das... Ist das vollidioten Dubstep? Ja. Krass. Okay. Journey behind the room. Äh. Warum genau wurde mir das von so vielen Leuten vorgeschlagen? Das ist jetzt eine ernst gemeinte Frage. Okay. Ich... Ah. Okay. Okay. Mir gefällt aber das Art Design. Das sind Final Pain Künste. Und dann wurde alles in den Game Maker geklatscht. Mhm. Es sieht großartig aus. Vergehen hin, Block. Ich weiß, dass du da bist. Gib den Namen deines Opfers hier ein. Cornelius von Cornel. Cornelius von Cornel. Ah. Es geht. Jo. Okay. Gut. Ich kann das Ganze reinschreiben. Cornelius von Cornel. Okay. Cornelius von Cornel. Ich werde nur meine Rache holen. Du dachtest, du kannst es mit mir machen. Du dachtest, du kannst es mir ins Gesicht... ...pua machen. Nicht mit mir. Äh. Wie gefällt dir das, Cornel? Äh. Was hältst du davon? Ich kann ja sagen, was ich davon halte. Okay. Okay, das ist... Das ist also Pixel Warfare, ja. Das ist also meine Creeper Gun. Okay. 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 Stirb! Das war gar ein Bloody-Screen. Ich will nicht. Und... Ich habe eine Flagge. Was macht die Flagge? Stern. Böser Stern. Fucking Stern. Minus zwei Leben, okay? Ich bin gut dabei. Das war nett. Okay. Was wird mich als nächstes wohl umbringen? Ich hätte ja nicht runterfallen dürfen, oder? Ja. Ich kann da nicht runter... Okay. Kannst du es nicht einfach mit mir machen, Cornel, ohne dass du eine Rache von mir zu erwarten hast. Merkt ihr das? Ich sehe dich mit dem falschen Doodle-Man an. Doody-Man? Wer ist denn der Typ? Ich habe keine Ahnung. Friss es, Cornel! Wer ist ein braver Hund? Du, Cornel. Äh... Entschuld... Äh... Äh... Entschuldigung. Ähm... Bleistift... Nein. Hör doch nicht! Hör doch auf, so zu zittern! Okay. Minus 15 Punkte. Okay. Dann spitzen wir also wieder einen Bleistift. Bleistift anspitzen. Grill Charge. Ja! Ich habe es verkackt. Ich bring mich dann mal um. Bring dich doch um, du Katze. Bring dich doch um, du Katze. Ernsthaft. Stirb. Ich... Warum? Warum spülen Leute so das? Warum? 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 Stirb. Hey, ich habe eine andere Waffe. Stirb. Wo ist mein Killstreak? Alter. Hat er den Schlangenmenschen gerade gesehen? Das war beängstigend. Ja. Okay, das finde ich jetzt nicht so gut. Das ist doch ein bisschen zu aggressiv. Aber die Botschaft sollte angekommen sein. Ein Trampolin, Alter. Fucking Kornel. Bullshit. Bring dich doch um, du Katze. Bring dich doch um. Sagt das nicht eurer Katze zu Hause? Sonst bringt sie sich um. Das will ja niemand. Das wäre ja, das wäre grausam. Ich würde es nicht verantworten. Okay, Hidden Block. Ich sehe dich. Ich weiß, dass du da bist. Okay. Yeah. Wer ist der Beste? Die Wolke. Fucking Wolke. Noch ein Stift. Nicht in die Hand. Da rein. Okay. Nein. 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 Da. Bleistift Spitzer. Bleistift. Spitzer. Da. Da. Da rein. Ja. Yeah. Minus 93 Punkte. Okay. Okay. Ihr wollt mich also herausfordern. Na gut. Okay. Wir sprechen uns gleich nochmal. Dap, 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 dap. Ich bin Katzenmario. Katzenmario. Macht nicht so einen Scheiß. Katzenmario, sei nicht so kacke. Was macht ihr Jungs hier eigentlich? Wir sind schön, ja? So, die Flagge bringt mich um, oder? Äh, was? Was soll denn der Schwachsinn? Ah. Was? Yeah, wie gefällt dir die Artillerie? Und jetzt das große Finale, Korne. Du bekommst so alles wieder zurück von mir. Ich will eine andere Waffe. Nicht die Creeper Gun? Das will ich haben. Yeah. Okay, Leute. Jetzt habe ich eine MG. Ah. Wie gefällt euch das? Geh wieder zurück nach Minecraft. Das sind ganz schön viele von denen. Alles. Hörst du die Musik? Musik bedeutet, wir machen ja keine halben Sachen, mein Freund. Ja. Das war eine kacke Bombe, Korne. Du dachtest, du kannst mir eigentlich einfach so ankacken und auch von einem Video machen. Den Leuten hat es gefallen. Aber das kannst du nicht. Du kommst alles wieder zurück. Ja. Uh. Nein. Okay. Okay, gut. Jetzt wisst ihr, wie man ausweicht, liebe Leute. Oh nein, jetzt sterbe ich wieder. Oh. Okay, machen wir weiter. Oh Gott. Was? Oh Gott. Es. Ich. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich meine, ist der Bohrer schon bereit? Nein? Okay, dann. Richtungswechsel. Ähm. Naja. Okay. Wir hatten jede Menge Spaß damit. Ich glaube, ich muss jetzt sneaky unterwegs sein. Yeah. Fresst meine Klinge. Die rot ist voll Blut. Yeah. Komm her, Creeper Gun, Mann. Komm her. Ich stirb doch. Wo ist er denn? Das Spiel ist dumm. Okay. Ein letzter Versuch. Bullshit. Wer ist jetzt der Duty Man? Flieg davon, Duty Man. Deine Arbeit ist getan. Oder setz dich auf den Haufen deines Triumphes. Danke, Duty Man.